Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal kein Unboxing, sondern endlich mal die erste Auslosung. Und zwar das, was am längsten zurückliegt, die Peppermint Anime Festival Tasche. Hier sind die Lose. Während ich das jetzt hier umrühre, nur mal die Info. Ich habe halt in den letzten zwei Monaten ziemlich viel zu tun, auch ein bisschen, sagen wir mal, Probleme. Und ja, deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert. Ja, jetzt noch was Erfreuliches. Ich habe jetzt mal mit Instagram angefangen. Könnt ihr gerne folgen, wenn ihr Lust habt. Vielleicht werde ich dann gelegentlich auch immer mal Bilder posten. Und jetzt ziehe ich mal einfach ein, los hier. Und das ist... KingsideForever. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich werde mich bei dir mal melden, wenn du keine Adresse hinterlassen hast. Wenn du einer hinterlassen hast, wird das dann nächste Woche an dich rausgehen. An alle anderen bedanke ich mich für die Teilnahme. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020